Mahlzeit Leute, hier sind wir bei mir aufs Obertal. Oh, beim letzten Mal haben wir aufgehört. Machen wir jetzt die Palette, müssen wir schnell wegfahren. Regen ins Sägewerk. So, schaut das Ding noch aus. Schlecht, ne? Ne, da hole ich. So. Wetter Palette. Da haben wir ja auch ein bisschen was Glatz. Das muss eigentlich unser Dunkenpräser sein. Ich glaube, der steht am Hof, ne? Klammer ist hier drin. Ach, haben wir mal aufs Stausen. Passt. So, die anderen Deppen fahren immer noch, ne? Ja. Und so. Ja, was halte ich denn damit vor, wenn ich das noch wisse? Ach ja, ich habe Bäume wegmachen, die da hinten am Feld dran stehen. Da fahren wir mal rein und gucken. Da bin ich ja besser. Da bin ich ja besser. Da bin ich ja klar sein und kann. Mal gucken fahren. Ich glaube, das war oben an der Straße. Da hatte ich das vor. Ich glaube, das war oben an der Straße. Da hatte ich das vor. Da ist noch mal kein Wind. Ach, da steht ja schon hier, da stand ja schon auf der Startlösche. Ah, nee, den habe ich. Wollte ich wenden, ne? Das hat ja nicht so ganz funktioniert. Aber die Bäume hier waren das. Ich schiebe es an die Straße kommen. Ich habe auch keine Kettensäge. Habe ich noch gar nicht. Ich habe mal probiert. Das funktioniert nicht. Denken kann ich nicht. Mal gucken. Was geht denn noch mal? 20.000. Da liegt noch was. Weg. Weg. Komische Strand. Weg. 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 Hallo? Hm. Den kann ich ja nicht. Den kann ich. Den kann ich. Das ist so dämlich, ne? Gott sei Dank, er hat es weggekriegt. Warte, dass der Weg ist, ist fertig. Geradeaus. Hüpfen wir gerade rüber. Was haben wir denn? Was sehen wir denn? Dann fahren wir den Binder nach oben, weil der muss ja wahrscheinlich rumgefahren, ne? Schmerzen? Das war ja. Das war ja schon mal. Kommst du, was sollest du? Yup. Dann gehen wir die Pr Haaren. Dann geht's gut. Dann gehen wir die Pr plus. Dann gehen wir den Kulturen. Dann gehen wir die Pr pot. So, dann lassen wir ihn hier stehen. Wieder hier hoch, den können wir zumachen, den brauchen wir nicht. So. 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 So ein Moment mit zwei Bäumen. Haben wir denn noch? Ach komm mal den dritten auch noch an. Ich hab so viel Glitter Ding nicht mehr gepackt. Oh, das Ding ist gefallen. Komm auf den Stau. Perfekt. Oh, perfekt. Perfekt. Oh, das sieht gut aus. Mal gucken, da muss ich immer nirgends an Land kriegen. Mal gucken, ich glaube nicht, dass der Ladewagen in den Laden kann. Ne, da wollte ich nicht. Da wollte ich schon. Ne, hier können keiner planen. Äh. Das stimmt. Ein Gurtarum ist noch nicht mehr. Das stimmt. Wohle gehen. Da oben ist nur einer stehen, glaube ich. Obwohl ich jetzt den M1 wiederhole. Da steht da noch einer. Wunderbar. 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 Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen. Ich glaube im Sommer geht das schneller. Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen ist. Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen ist. Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen ist. Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen ist. Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen ist. Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen ist. Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen ist. Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen ist. Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen ist. Ja, zwei Stück noch. Und das hier zu holen ist. Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen ist. Ich bin gespannt, wenn das hier zu holen ist. Ich bin gespannt, ob es hier zu holen ist. Da liegt ein Quenststück. Er hat aber schon mitgenommen. Gut, das ist gut. So voll. Ich meinte, ich hätte heute gesehen, aber das wollte ich schon können. So, dann fahren wir den noch zurück. Erfolglich die Baumreihe hier entfernt. Das nächste Mal, wenn wir in die Grasse angucken, müssen wir dann die Strasse anfahren. Ich muss dann mal auf der anderen Seite das Fels rein. Vielleicht machen wir da auch noch welche weg. Ich muss dann mal auf der anderen Seite das Fels rein. Ich muss dann mal auf der anderen Seite das Fels rein. Ich muss dann mal auf der anderen Seite das Fels rein. Ich muss dann mal auf der anderen Seite das Fels rein. Ich muss dann mal auf der anderen Seite das Fels rein. Dann fahren wir den noch zurück. Dann fahren wir dann hinten und fahren wir dann den B-Truck auf die andere Seite. Ich muss dann mal auf der anderen Seite das Fels rein. Ich muss dann mal auf der anderen Seite das Fels rein. So, jetzt fahren wir zum Ladewagen. Damit er nicht alleine und verlassen da steht. Ich muss dann mal auf der anderen Seite das Fels rein. Ich muss dann mal auf der anderen Seite das Fels rein. Anhängen. So, dann haben wir es leider wieder geschafft. danke bist du schon dann bis zum nächsten mal wieder hier